Guten Morgen, also wo ich in London war, habe ich ja die Umfrage gestartet, zwecks Straßenmusik. Es haben jetzt echt viele auf Ja geklickt. Das hat mich natürlich jetzt bestärkt in meiner Meinung. Ich wollte nämlich eh sowas mal machen. Heute ziehen wir es durch. Ich darf heute bei Decision Street dabei sein. Wir sind die Boys von Decision, zu dritt und jetzt haben wir uns im Rathaus eine Gelegenheit geholt. Wir sind in Bayreuth und jetzt suchen erstmal eine Parkmöglichkeit und danach geht es eigentlich schon los auf die Straße zum Singen. Jetzt sind wir am Parkhaus und gleich geht es jetzt runter. Erstmal Kaffee trinken, bisschen Frühstück und danach geht es los. Hier ist es hier. Und ganz wichtig, das Abkassieren innerhalb der Freischankfläche ist verboten. So, also wir sind jetzt vor dem Rotmain Center, haben jetzt mal angefangen aufzubauen. Viel haben wir ja nicht zum Aufbauen. Und wenn wir jetzt die Eier haben, dann legen wir mal los. Aufbauen. Bei mir ist die Eier, die Eier haben wir ja nicht so gut. Bis zum nächsten Mal.